Wir sind die Fetschbrüderer. Wir sind in der ersten Generation Schlagzeugbauer. Es muss wirklich bis zu den kleinsten Schrauben, aber nahtlos ineinander gehen, dass am Schluss auch entsprechend das herauskommt wie wir und der Kunde sich das so vorstellt. Wir bauen Schlagzeuge für alle möglichen Drummers aus der ganzen Welt. Das sind Menschen, die einfach gerne etwas massgeschneidertes wollen, das nicht ab den Stangen kommt. Wir haben im Verlauf des letzten Jahres mit ganz vielen unterschiedlichen Hölzer ausprobiert, geschaut. Welches Holz klingt wie und der einzige Weg zum perfekten Schlagzeug ist, wenn ich es selber mache. Das Zusammenkommen vom Handwerklichen, von den besten Komponenten, die dann am Schluss ein Produkt ergibt, das einfach wirklich einzigartig ist für sich. Kaffee ist wie das, was wir machen, auch ein Handwerk. Man muss wissen, wie es geht, dass am Schluss ein erstklassiges Produkt entsteht, das definitiv Weltklasse ist. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020